Autismus als Krankheit zu bezeichnen hat schlimme Folgen für Autisten, da somit suggeriert wird, dass man Autisten entweder heilen könnte oder sie von sich aus wieder gesund werden können. Nur sind Autisten nun mal von Geburt an Autisten. Dies ändert sich im Verlauf ihres Lebens auch nicht. So ist der Begriff Behinderung in diesem Kontext korrekt. Das Ganze als Krankheit abzustempeln schadet insofern, dass die Probleme von Autisten nicht mehr ernst genommen werden. Könnte man sie heilen, bestände ja kein Grund für ihre Mitmenschen, ihnen Gehör zu schenken. Schließlich könnte man den Autismus ja einfach heilen und die Probleme wären weg.